Die wunderschöne und einzigartige Umgebung Neuseelands ist ideal für die Erkundung mit dem Wohnwagen. In diesem Kurzvideo zeigen wir euch, wie ihr während eurer Reise verantwortungsvoll campen könnt. Oft kann es schwierig sein, öffentliche Toiletten, Mülleimer oder Abwasserstationen zu finden, vor allem wenn ihr die Gegend noch nicht kennt. Deshalb hat CamperMate eine kostenlose iPhone und Android App erstellt, welche nahegelegene Einrichtungen schnell und einfach findet. Durch die Benutzung dieser öffentlichen Einrichtungen helft ihr mit, die Natur zu schützen und die Anwohner werden euch dankbar sein. Man sollte wissen, dass man in Neuseeland nicht einfach überall campen darf. Viele Stadträte verbieten das Campen am Straßenrand. Wenn man diese Regeln missachtet, riskiert man unmittelbar ein Bußgeld. Um dies zu verhindern, ist es hilfreich, die örtlich geltenden Regeln zu kennen und zu wissen, wo sich die ausgewiesenen Campingbereiche befinden. Die Regeln können je nach Campingplatz variieren, sind aber generell ausgeschrieben. Standort und Regeln der Campingplätze findet ihr im Voraus auf der kostenlosen CamperMate App oder fragt bei der örtlichen EyeSite nach. Einfach gesagt bedeutet selbstversorgend, dass es im Fahrzeug eine Toilette gibt und Wasser zum Beispiel vom Waschbecken aufgefangen wird. Jedoch verlangen viele kostenlose Plätze, die sich auf dem Gebiet des Council oder Department of Conservation befinden, ein Zertifikat für Selbstversorger mit strikteren Regeln. Damit das Fahrzeug als selbstversorgend gilt, muss dieses bestimmte Standards einhalten, welche vom Prüfer kontrolliert werden. Ist das Fahrzeug als selbstversorgend zertifiziert, bekommt ihr einen Aufkleber wie diesen hier. Campt ihr auf einem Campingplatz für zertifizierte selbstversorgende Fahrzeuge, riskiert ihr ohne Zertifikat unmittelbar ein Bußgeld. Wenn ihr in Neuseeland einen Wohnwagen mietet, aber nicht sicher seid, fragt bei der Mietwagenfirma nach. Wenn ihr keine zertifizierten Selbstversorger seid, könnt ihr eine der über 200 Department of Conservation Campingplätze oder 400 voll ausgestattete Ferienparks nutzen, die sich über ganz Neuseeland erstrecken. Durch verantwortungsvolles Campen bewahren wir die Schönheit Neuseelands. Dank eurer Hilfe werden zukünftige Besucher unser Land genauso genießen wie wir. Danke fürs Zuschauen! tsbrj.gbf Untertitelung des ZDF für funk, 2017